Ich hab den Ausgang gefunden. Okay, cool, ich komme. Wo bleibst du denn? Ja, ich komm gleich. Ich hab noch ne Truhe gefunden. Da ist ne schlechtere Waffe drin als die, die ich ausgerüstet hab. Ich will gucken, ob die besser ist. Nimm die doch einfach mit und überprüf das später. Hier kommen immer mehr Gegner. Komm einfach in den Schutzraum. Okay, okay, ich komm ja. Ey, das sind ja unendlich Gegner hier. Wie viele denn noch? Kommst du endlich? Ja, ich hab hier noch ne leere Höhle gefunden. Ich dachte, da könnte vielleicht was drin sein. Was? Aber die haben wir doch vorhin schon gelootet. Achso, stimmt ja. Ich komme. Mann, ich hab kaum noch Munition. Wo bist du denn? Ich bin noch mal kurz zurückgegangen. Ganz am Anfang war noch ne Truhe, die ich öffnen wollte. What? Das war ne Level 5 Truhe. Wir sind Level 15. Man kann doch trotzdem einsammeln, was drin ist und dann verkaufen. Jetzt komm endlich zum Ausgang. Bin doch schon auf dem Weg. Bin gleich da. Chill mal, Alter. Ich bin down. Du musst mich aufheben. Wie ist das denn passiert? Okay, shit, Mann. Ich weiß aber nicht, ob ich rechtzeitig da bin. Ich versuch ganz langsam schnell zu rennen. Du warst doch gerade auf der Karte noch 2 Meter von mir entfernt. Ja, hier ging plötzlich eine Linkskurve nach rechts, die wir noch nicht lang gegangen sind. Ich wollte gucken, ob da was Interessantes ist. Heb mich auf! Ja, ich komm ja. Ich hole nur schnell das Auto und dann komme ich zu dir. Willst du mich hier vollkommen anwolken? Die Autostation ist 3 Kilometer entfernt und ich liege 100 Meter von dir entfernt. Ja, denkst du, ich laufe den ganzen Weg bis zu dir, oder was? Das war's. Ich bin ganz tot. Shit, Mann. Jetzt muss ich wieder bis dahinter laufen. Ich bin jetzt am Ausgang. Kommst du? Ich will hier nicht ewig warten. Kommst du endlich? Wie lange willst du mich denn hier noch warten lassen? Bis zum nächsten Mal! Following. COPYRIGHT UNE. LASTE und INTEREST Parrot LIX DIAS 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 Bis zum nächsten Mal.